Einer der grössten Kritikpunkte am SharePoint 2007 war, dass der User seine Sprache nicht verändern konnte. Das hat sich im Jahr 2010 verbessert. Der Administrator vom Web hat die Möglichkeit, bei Side-Actions, Side-Settings, gibt es einen Punkt, der heisst Language-Settings. Bei den Language-Settings sehe ich jetzt, dass Englisch eingestellt ist, das ist meine Hauptsprache und dass die alternative Sprache Deutsch ist. Das hat damit zu tun, dass das deutsche Language-Back bei der Installation von SharePoint 2010 mitinstalliert worden ist. Hier habe ich alle zusätzlichen Sprachen, das heisst alle gängigen Sprachen, die Microsoft mit einem Language-Back unterstützt, kann ich hier installieren und würde dann diese hier sehen. Wenn ich jetzt Deutsch zuschalte, da komme ich nachher zurück auf die Translations und klicke jetzt mal mit OK. Und ich sehe, dass meine Oberfläche immer noch nicht geändert hat, obwohl ich jetzt eigentlich Deutsch einstellen könnte. Das kann jetzt jeder User für sich selber entscheiden, indem er in seinem persönlichen Menü im Punkt Select Display Language, der ist neu jetzt dazugekommen, kann wählen, ob er es Deutsch oder ob er es in Englisch sehen möchte. Das kann man hier auch einstellen. Ich stelle das jetzt um auf Deutsch. Bei den Spracheinstellungen hat es, wie gesagt, unter jetzt noch die Frage, ob die Übersetzungen überschrieben werden sollen. Ich lasse das jetzt im Moment auf Nein, wechsle zurück auf Englisch und zeige, was das für einen Einfluss hat anhand von einem ganz praktischen Beispiel. Ich möchte Lists anpassen mit einem speziellen Namen und zu diesem Zweck, das kann man wieder in den Side-Settings machen, den Quick Launch anpassen und sage Lists heisst jetzt hier Lists und jetzt mache ich hier einfach als Beispiel ein E für Englisch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie soll das im deutschen Teil dargestellt werden. Und wenn ich jetzt wechsle und ich das auf Deutsch anzeigen lasse, heisst es hier Lists. Wenn ich das wieder anpasse und sage hier Lists D, ok, dann habe ich das Deutsch. Ich habe beide Sprachen steuern. Ich möchte Ihnen jetzt die andere Einstellung zeigen. Wenn ich nochmal bis Website-Einstellungen, bei Spracheinstellungen, das auf Ja setzen und gehe jetzt in die Durchsprungssprache, also Englisch und sage, ich tue das anpassen, wird automatisch im Deutschen das übernommen. Das tue ich jetzt überprüfen und sehe jetzt, dass der Name Lists New eingetragen ist. Ich kann es auch als ein Verhalten der Sprache steuern. Ja.